vom Platz nicht her, ne? Reicht vom Platz nicht her. Dann machen wir das nochmal so. 10. Ah, ne. Falsch. Timer. Endgate. Kabel. Wo wir also auch hier an der Wand sitzen könnten. Ah, ist egal. Dann muss der aus. Dann kommen die Dinger naja, sind wir so die Sache. Nachtspeicher an. Ah, jetzt muss ich gucken, ob er jetzt den Block triggert sozusagen. Wird da wat? Jetzt regt euch auf. Ah, der cheatet schon wieder nachts. Bla bla bla. Ah, jetzt hatte ich Fackel ausgemacht, genau. Dann können wir jetzt nämlich noch näher dran bauen. Je näher, desto besser. Je weniger Platz brauche ich auch. Äh, endgate. Timer. Wo ist der Counter? Der will jetzt gerade nicht. Counter. Der ist an. Der kommt weg. Jetzt tickert der alle durch. Jetzt ist der Timer aus. Genau. Jetzt kommt auf der anderen Seite das Ding hin. Genau. Äh, dann kommt hier auch eine Fackel dran. Der wurde jetzt einmal doppelt umgekehrt. Der kehrt den um. Das Tags. Jetzt müssen wir hier ausmachen. Die Fackel ist aus. Hier geht einer rüber. Der da, drop. Der kommt dann hier. Und hier müsste der Alarm hin. Mist. Ah, Moment, 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 Moment. Jetzt mal eben den Hoover-Alarm hinsitzen. Der wird, ja. Weil das hatte ich ja befürchtet, dass er jetzt da drauf geht. Das soll ja nicht so sein. Dann wird er nämlich Nacht, dann wird er Tags ganze Zeit angehen. Beziehungsweise, wenn Tag weggeschaltet ist, wird er ständig angehen. Und das wollen wir ja nicht. Ach, okay, ja. Da sind die. Covers, die ich dafür brauche. Die Covers der Rips. So. Nein, dann gehen wir eben da hin. Einmal. Zweimal. Jetzt machen wir den auf dies. Sonst müssen wir warten, bis es Nacht ist. Das brauche ich hier nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Wenn es gut drüber war, äh, da ist mein Duell. Die Portalgun vielleicht noch hier rein. Das kann ja getauscht werden damit. Tun wir noch eine Fackel hier hin, dann ist es beleuchtet. So. Und wir haben eigentlich sozusagen einen Alarm, beziehungsweise der Speicher, der hier umschaltet dafür. Den können wir nämlich abschotten. Tun wir noch eine Fackel da und eine Fackel dahin. Dann ist es auf jeden Fall ausgeleuchtet, bis zum, bis zum, geht nicht mehr. So, was sagt die Uhrzeit ungefähr? Ups, äh, ne, umschalten, hab ja noch Zeit. Kann ich noch ein paar Items sektun, die ich nicht brauche. Flieg und sieg. Kleiner Mann. Timer, ein paar Repeater. Oh. Oh, Repeater, der muss noch dazwischen. Den brauche ich nochmal. Oh. Die Cover-Strips noch mitgenommen. Mitnehmen. Das mitnehmen. Eben mal hier. Aufladen ein bisschen. Aufladen. Dankeschön. Das geht doch noch nicht. Da muss noch ein Repeater dazwischen. Der muss doch noch hier dazwischen. Ah. Jetzt kriegst du genau die Dinger nicht. Ey, das ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Boxst du alles weg, kriegst du nur die Dinger nicht. Auf was muss der Hand aber gestellt werden? Der braucht sechs. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt kommt der Salarm dran. Und jetzt werden die Kabel einmal hier drum herum gezogen. So. Ja, dann mach's so. Dann mach ich hier nochmal offen. und hier so ein Coverstrip hin. Gut, ist. Jetzt muss es nur Nacht werden. der ist auf aus, der ist auf an, das passt doch super. Dann haben wir das nämlich verteilt und es läuft einwandfrei, das sag ich euch. Sollen wir das mal eben ausprobieren? Ja, komm, das probieren wir mal eben aus. Können da gleich wieder beschweren. Oh, schon wieder zum dritten Mal gecheatet. Äh. So, jetzt wechselt der gleich. Ja, jetzt geht der Timer an. Jetzt hört er den Alarm nicht. Jetzt hört er den aber. Woher kriegt der den Blockaktualisierung da? Ah, da ist eine Blockaktualisierung. So, jetzt geht die Zeit um. Machen wir das nochmal kurz. Ja. Ist der Timer aktiv? Der, der dreht sich immer noch. Warte mal, wie kann ich den nochmal anhalten? Äh, ist ja egal. Auf jeden Fall funktioniert es so. Dann bräuchte ich den ja auch gar nicht hier. So. Sollen wir es nochmal testen? Leitung geht aus. Auf Nacht wechselt der. Jetzt hat er den Alarm kurz auf den Repeater geschaltet. Jetzt kommt der Alarm. So. Der, äh, hier der, ähm, der Counter geht aus. Natürlich läuft die Uhr natürlich weiter. Den nervt ein bisschen. Ah, ist egal. Dass die weiterläuft, dann geht er auf den Repeater und dann ist Ruhe. Wir könnten eigentlich auch sagen, ah, vielleicht muss ich es auch gar nicht auch noch umhennen, dass ich den nicht brauche hier. Dass man vielleicht sagt, Counter. Äh, Maximum 1, 1, 1. Äh, jetzt ist nachts, ne? Muss man den da nicht umdrehen. Jetzt mache ich mir gerade sehr viele Freunde mit euch, glaube ich. Moment, 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 Moment. Ah, wo hänge ich? Vielleicht brauche ich das gar nicht alles. Ähm, jetzt ist an. Warte mal. Ah, lasse ich außen vor. Ich würde sagen, ich mache ihm kurz einen Cut, teste es auch, so dann können wir sehen wir gleich weiter. Bis dahin. Tschüss.